Pädagogisches Hallo und herzlich Willkommen hier in der Pädagogenzentrale. Wir spielen heute eine Runde Skyfall auf dem Main Black Server. Mit dabei ist der echte MLG. Uiuiuiui. Guten Tag, ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde wieder. Bis gleich. So, schon ein bisschen Team. Ja, und Abflug. Wir spielen heute Skyfall in der Team-Variante. Das haben wir heute gerade gesehen, dass das irgendwie gerade draußen ist. Das ist die Beta-Version natürlich nur. Jetzt müssen wir noch irgendwo eine Kiste finden. Nein, ich bin runtergefallen. Ah, super. Nein, ich bin tot. Ufi. Oder, oder, oder? Komm, komm, komm. Komm, Junge, du schaffst es. Ja. Ja, Junge. Ja, ich bin okay. Ich bin leider jetzt schon ganz unten. Ähm... Um... 그리고, komm, 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 komm. Nein. Du stirbst jetzt. So, qualvoll. Bin doch relativ weit oben. Ich bin halt schon ganz unten. Finn, kannst du mir irgendwas mitbringen, wenn du runterkommst? ja 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 wo bist du bist du bist du okay wenigstens ein bisschen rüstung hier ich hab zwei eisen ok und ich hab zwei knochen hast du ein stick nein schade tut mir leid ja eine angel ja der typ geht mir auf den keks den holen wir uns jetzt aber ich auch für ah der wird gerade geholt von anderen da kommt er gar nicht hoch da ist noch eine da ist noch eine banana knife biest komm das weiß ich nicht der spreng den ring jetzt ja ich sterbe jetzt sowieso also jetzt ist vorbei ich habe noch drei herzen und ein abgestaubt ich kann die lütze gar nicht ausziehen ne kann man nicht das wäre auch doof schnell was essen aber von hier unten kann man auch irgendwie schon was reisen das ist auch lustig eigentlich ja weil irgendwann müssen ja alle hier runter ich würde ich müssen sie bussen sich die ganze zeit hoch chest on the middle island has been refilled ahm ich will er finde ich ich rassier dich jetzt an meiner keule komm 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 ey du machst mir echt schaden ich glaube du kannst mich auch nicht sterben das ist eine angel ja ich hab ich dir eben hingeworfen brauchst du schuhe ah da ist jemand da ist jemand ah der ist wieder nach oben brauchst du schuhe ach da 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 ist einer ja er boostet sich wieder nach oben er ist verkackt ja echt ja bitte nicht heaten danke ist er wieder geboostet ja ja aber er hat es verkackt jetzt ist er wieder drin jetzt angeln wir ihn komm da hinten kommt ein anderer noch oh ok oh ne der boostet sich wieder weg die sind alle hochboosten ja aber ganz nach oben kommen sie ja nicht mehr ne 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 brauchst du schuhe ne ich hab welche ich geb dir trotzdem welche da kommt einer oh zwei sogar oh die kämpfen cool lass mal abstauben das hab ich auch grad gedacht du schon bitte banana knife jetzt ist vorbei banana knife jetzt stirb doch einfach da wär ich auf ah er boostet sich hoch ne ja ne der boostet sich ne ne der boostet sich ach und hinter uns hinter uns hinter uns ist finn gerettet gerade oh alles danke blut 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 komm ja genau ich hab drei sticks ich hab drei sticks das ist gut hast du dir ne 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 aber hier sind drei sticks da hinten ist jemand er wird sich hier wieder hoch boosten ja natürlich boostet er sich wieder hoch hier ist das verkackt das ist zu laut ja oh mein oh da hat sich jemand loot gegönnt was ja nein der hat sich nicht extra den special loot gegönnt ja oh oh dann kriegen wir jetzt voll auf die nüsse ich hab aber auch was ich hab auch n was ich hab gib mir das eisenschwert ich hab warte mal ich warte mal ich geb dir mal hier die hose und dir und ich mach mit einem eisenschwert jawoll das ist angenehm ja hier eisenschwert so dass es sowas gibt wenn man so laut auf einmal war hier ne krasses tschüss hier steht ne blume für dich Finn danke bitte ja aber ich hab noch so zwei drei sachen anzusprechen also ich wollt mich auf jeden fall mal bedanken für die ganzen abonnenten ich glaub wir sind jetzt bei 33.000 abonnenten heute angekommen ich glaube heute morgen ähm find ich mega cool also richtig cool und äh was mich aber auch so ein bisschen ein ganz kleines bisschen stört ist äh dieses mit den kommentaren und zwar sind es momentan kommentare die bestehen aus erster zweiter kannst du mich grüßen äh und so weiter und so fort ähm ich lese alle kommentare mir durch und äh werde auch zukünftig nur noch auf die antworten die für mich sinnvoll erscheinen und werde so kommentare wie erster und zweiter auch nicht ausblenden weil keine ahnung muss ich nicht unbedingt ähm aber ich werde darauf nicht eingehen also wenn ihr wollt dass ich in den kommentaren irgendwas schreib dann sollte der das vielleicht unterlassen fände ich ganz sinnvoll ne Fido immer genau oh hier ist hier ist ne hier ist ne hier ist ne hier ist ein kleines Häuschen guck mal mit Aussichtsplattformen wunderschön wunderschön aber der Typ wird wahrscheinlich nicht ah da kann man sogar in das Häuschen oh hier oben hier sogar ein Bett cool da oben fliegt da rum ja 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 und noch zwei Gegner soll ich's mal riskieren würd ich nicht ich hab's auch schon überlegt aber ah da kommt der da ist jemand eh ah der ist um oh der hat irgendwie nen Bogen oder so aua böse der hat mir voll Aua gemacht gerade scheiße ey sie sind alle immer wegfliegen ne wir können das ja er hat's verkackt ja glaub ich ah ne die hier versteht er jetzt nen Bogen das wärs mhm naja super hatte wohl jemand Angst ja ja cool war das der letzte? war das der letzte? ne da ist noch einer wo ist der? ich weiß es nicht ach er fliegt da unten noch ein bisschen rum ok ja das Team Traum hat gewonnen ja das war's für heute wir sind's beim nächsten Mal wieder Video wieder bis dahin auf Wiedersehen ciao tschüss und Grüße gehen raus an den Typen der die Runde grad auf 17 Minuten gestreckt hat mhm super und zwar find ich's schade dass diese Log Games äh Log Logan hieße äh es so weit geschafft hat dass wir einfach nichts tun konnten außer rumstehen deswegen weiß ich noch nicht ob ihr das sehen werdet falls ja ist da ein größerer Cut drin denn wir haben grad eben knapp 8 Minuten da rumgestanden weil wir nicht mehr auf dieses Haus kamen und dieser Typ sich da mehrfach äh jaaa zurückgecampt hat was mega scheiße war ja doch also doch auch das ist das hat ja das hat